K.O.C.L. Episode 2 und wir haben jetzt mit der Eminenz gesprochen, mit Giuseppe Piaggi. Der hat uns den Brief übergeben, den eigentlich seine Mutter bekommen sollte. Und das ist eine Liste von Leuten, die unsere Hilfe brauchen. Lesenheit noch nicht erlangt. Nehmen wir mit. Mit Manuskripten kannst du dich während deines Abenteuers weiterbilden. Zu Beginn jedes Kapitels legst du fest, welches Manuskript du lesen willst und erhältst dafür permanente Fertigkeitenpunkte. Hm. Das ist schön. Das hab ich völlig vergessen. So, da haben wir sie. Das ist ein Punkt in Psychologie und hier einen in Überzeugung. Ich dachte, mein Schiff war groß, aber diese ist außer Verzüglichkeit. Es ist das Leiste, was man sagen kann. Ich habe für ein heißes Feuer seit Jahren geblieben. Das ist das Leiste. Das ist das Leiste. Das ist das Leiste. Das ist das Leiste. 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 Oh ja, sie ist verschwunden. Herr, es ist nicht deine Schuld. Gerne, aber ich weiß deine Mutter gut. Bleib hinter mir mit mir später, und wir nehmen einen Moment zu sprechen über sie. Herr Herr, Washington ist die Emblem des Grand Master des Golden Order. Es ist die höchste Distinktion des Orderen in den USA. Es macht ihn mit meiner Mutter. Er muss wirklich wissen seine Dinge, wenn es um den Occult geht. Guten Abend, meine Freunde! Holy shit! Das ist der Mann für meine Vision. Ein urgentes Fall hat unsere Hostel, Lord Mortimer. Er kann nicht sein heute Abend sein, und er schickt seine größte Entschuldigung. Er hat mich hier gefragt, und er hat noch nicht aufgewachsen. Ein tolles Start. Und jetzt, meine lieben Gäste, ein leichtes Essen ist in der kleinen Salon. Für diejenigen, die Sie möchten, Sie sind zu folgen in die nächste Runde. Meine lieben Gäste, Sie müssen meine Gedanken haben. Ich werde folgen. Wir müssen uns vorsichtig sein, nicht zu machen. Ein von Lord Mortimer's guests ist relaxer. Oh, wir werden ruhig sein. Wir bleiben. Ich weiß, was Washington hat zu sagen. Herr, wenn Sie nicht interessieren, werde ich hier bleiben. Mach es genau wie Sie bitte, junger Mann. Louis, danke dir, dass Sie sagen. Just wie Sie, als ich hierher kam, habe ich herausgefunden, dass Sarah ging weg. Ich weiß Ihre Mutter gut. Ich weiß nicht. Emily ist aus der Englischbranche der Goldenen Order. Und Präsident Washington ist, in Wahrheit, der Leider der Order in den USA. Ich wusste nicht. Entschuldigung, dass Sie warten, aber ich wollte nicht sagen, in front of die anderen. Du hast gut gemacht. Entschuldigung und Entschuldigung sind die Pillare unserer Organisation. Wenn ich in irgendeinem Weise helfen kann, bitte nicht wunderschön, zu fragen, mein Vater. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, jetzt ist die Zeit. Mortimer ist ein interessanter Charakter. Emily könnten wir auch erst mal. Ah, es ist mehr über Mortimer. Meine Mutter hat immer eine Faszinierung für Lord Mortimer, aber sie hat niemals gesagt, warum. Lord Mortimer ist ein interessanter Mann. Er ist grüßig, und ist advisor für die sehr höchsten. Ihre Mutter ist der Herr der Ordnung in Frankreich. Es hat mich nicht überrascht, dass er sie zu kommen hat. Lord Mortimer hat viel zu finanzieren, für zum Beispiel. Aber ich möchte das klar sein, ohne immer zu erreichen, zu gewinnen. Und das ist für seine Schuld. Ja. Du kannst ihn verraten. Er wird alles in seiner Macht um dich zu finden, um dich zu finden, Sarah. Herr Washington, Sie sehen, woher du sie erst kennestestest? Ich habe Sarah vor dem Waren der Aufmerksamkeit, auf der amerikanischen Soil. Sie wurde mir mit einer mutualen Beziehung und ich muss sagen, dass sie schmerzen hat mich zu machen, irgendwelche Fehler. Sie kann nicht sein Soldaten, aber glaub ich, sie verdient eine Statue als die Lafayette. von uns. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht gesehen. Es gibt keine Beziehung, die Mutter hat viele Sieg, die immer noch hidden sind. Genau. Es wäre zu viel, wenn ich dir ein paar weitere Fragen hätte? Nein, überhaupt nicht. Aber ich kann nicht versichern, dass ich alles erinnere. Kann ich fragen, wenn du uns gesehen hast, was sprachst du? Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? wenn sie in den USA kam, schlugte sie Ideen über die Golden Order? Genau. Was sagt sie, was essentiell in der helpen die Appen der amerikanischen Bedienung. Ich hätte niemals sein die Sieg, ohne ihre Hilfe. Wir sind ein neues Land. Und um unsere Ideen demokratischen haben, wir brauchen auf die Geschwerte wie unsere Organisation. Dankeschön, Herr. Ich hoffe, mit Herrn Mortimer zu sprechen. Jetzt habe ich noch ein paar Informationen. Dankeschön zu dir. Ich spreche, Herr Mortimer ist ein Mann von seinen Worten. Du wirst nicht befreundet werden. Er weiß, dass deine Mütter Forschung sein ist. Das ist seine Hauptprobleme. Ich wundere, ob Mutter noch auf der Isle ist. Könnte sie nicht eine Böse haben und verlassen? Ich verstehe, warum. Kein Vessel kann mehr als 200 Meter mehr gehen. Nicht zu sagen, dass die permanenten Präsenten von Staffen und Servanten. Es gibt eine strange Sache, dass ich dir. Diese Isle ist kaum wie Delaware. Und, insofern das, niemand hat die Mutter gefunden. Also, meine Mutter muss noch auf der Isle sein. Keine Angst, Louis. Ich bin sicher, dass nichts Schmerzt hat mit ihr. Ja, ich hoffe nicht. Beide, sie kommen zurück. Also, ich empfinde mit all dieser splendor. Aber nicht zu viel Zeit mit Mr. Washington, mein Lieber. Oder Sie verlieren sich Ihren schönen Akzent. Sie sehen, sich beeinflusst durch diese Statue. Absolut, es ist unglaublich. Herr Mortimer. Herr Mortimer fühlt sich aus den typischen Arten. Ich werde nicht beschreiben, dass ich alles ein bisschen megalomaniacke finde. Aber ich muss sagen, er hat einige fantastische Schmerzen. Herr Holm, wer war die junge Frau mit dir? Elisabeth Adams, Herr Präsident. Sie hätte gerne mit uns bleiben. Aber die Schmerzen ist, dass sie sich beeinflusst. Elisabeth Adams? Just mentioning Elisabeth totally verändert Washington's attitude. Es sieht, dass er ein Schmerzen hat. Frau Adams ist hier, um zu resten. Sie haben vielleicht bereits gesehen, in den Korridoren. Sie kam ein paar Tage vor. Ich erinnerte sie, aber wir wurden nicht erinnert. Sie ist sicherlich. Sie ist nicht hier, um den gleichen Grund, wie Sie. Insofern bin ich auf Ihre Aufmerksamkeit. Oh, das war knapp. Washington sieht erinnert. Aber Holm scheint es nicht zu sehen. Ich frage mich, ob er poliert ist, oder ob er wirklich nicht sehen kann. Auf dieser Seite ist es sehr late. Du musst dich entschuldigen. The servant will accompany you to your rooms. The servant will accompany you to your rooms. Ah, das ist der Wu-Fat. So geil aus hier drin, ist natürlich total prunkvoll, aber es hat schon was, guck mal was wir so entdecken können. Die Mädels schau ich auch immer sehr sehr gerne an. Wir haben uns auch an George Washington gesprungen. Oh ja. Goldelix hier hebt alle negativen Effekte auf, die auf dir lassen. Du kannst nicht mehr als fünf bei dir tragen. Genau, unten hat man noch den Honig. So. Zumindest mal auf vier bringen. Das ist unser Zimmer noch weiter oben. Nein. Ich glaube es ist der Hauptsaal. So gefühlt sind wir uns im Kreis gelaufen. Aber vom Namen her tatsächlich nicht. Schade, dass ich mich ausgucken kann. Herr Präsident George Washington. Das ist auch ein ewig weiter Weg in so ein Zimmer. Offensichtlich. Dann holen wir uns mal die Falle. So. So. Was soll ich mit dieser Brief machen? Es könnte sein, dass es über meine Mutter ausgesehen wird. Aber wenn ich es öffne, werde ich Piagis Vertrauen vertreten. Was soll ich machen? So. Wir werden den Brief nicht öffnen. Wir haben Piagis ja schon gefragt, was Phase ist. Verdammt. Ich kann nicht erwarten, es öffnen. Aber ich habe meine Worten zu Piagis. Zu schlecht. Ich werde es warten, bis ich es dem Mutter herangehende. Wow. Schönes Raum. Mordor hat sicher nicht alles halbwegs gemacht. Schon heftig, aber. So. Das ist aber die Art der Gemälde, die ich jetzt nicht unbedingt reinpacken. Aber. So. Wir haben Gewandtheit Stufe 1. Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je vier Bernsteinstücke, die du einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um einen Punkt. Amber Crystals. Amber Crystals. Wundervoll. Red. Inferno by Dante. Abandonate hope, all ye who enter here. Lovely lectures, Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Das ist schade, du kannst nicht klären. Das alles Detektiv. St. Francis of Assisi in Ecstasy. Before superior voices, Saturn devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Oh, we haven't found the mother. Genau, by alternative ways, we could only be home or Washington. But we didn't want to. So, alternative ways, I could have a unexpected meeting. Ja, we haven't yet. I don't think I had it in the past game. But, yeah, also with home. I mean, we're just going to go to Golden Order, to the Loge. And from my perspective, it's the first people I would like to be in the hall when I was in the hall. And that's what we did with Washington and Elizabeth. That's why I'm happy. It's going to be exciting in the next episode. I thank you for the introduction. I'll see you next time.